Peter Maywald, der Liebebedürftige Der Liebebedürftige hält ein Stück Papier vor seiner Brust. Drauf steht, Inhaber ist der Liebe bedürftig. So steht er in unseren Geschäftsstraßen. Wir nehmen ihn nicht weiter zur Kenntnis. Mein Gott, sagen wir, Bettler gibt's überall. Unsere Historiker sagen, zu allen Zeiten. Dabei sieht der Liebebedürftige nicht abgerissen aus. Er trägt einen ordentlichen Anzug. Seine Haare sind geschnitten und gepflegt. Er kann einen Wohnsitz nachweisen, Arbeit auch. Manche Liebebedürftige haben sogar Familie, Verwandtschaft und Bekannte, Kinder. Was wollen diese Leute? Stehen rum, starren uns an. Mein Plakate, auf denen steht, Inhaber ist der Liebe bedürftig. Das wissen wir ja nun. Na und? Der Liebebedürftige steht immer noch rum. Manche sagen, er lässt sich gehen. Andere sagen, er nimmt sich nicht zusammen. Wieder andere sagen, ein Exhibitionist. Wir nehmen uns zusammen. Wir lassen uns nicht gehen. Wir stellen uns nicht zur Schau. Jedenfalls nicht als Liebebedürftige. Unser Bedarf ist gedeckt. Wir verstehen diesen Menschen nicht. Steht immer noch rum, der Liebebedürftige. Steht uns im Weg. Bleibt auf unserer Strecke. Ist mit Geld und guten Worten nicht wegzukriegen. Dabei tun wir doch schon alles, was wir können. Geben dem Liebebedürftigen die Adresse vom Sozialamt. Empfehlen ihm Ärzte, Therapeuten. Verraten ihm Börsentipps und Sonderangebote. Einige von uns gehen so weit und stecken ihm todsichere Lotterielose zu. Aber es nützt nichts. Der Liebebedürftige bleibt undankbar. Jedenfalls in unserer Stadt. Wo doch jeder sich so viel Liebe und Liebes erwerben kann, wie und wenn er nur will.